so hallo leute und willkommen zu einer neuen ausgabe hier beim hillbilly am kalender heute haben wir den 6 dezember nikolaus und mal gucken was der nikolaus und der knecht ruprecht so mitbringen außer der rute und seinen großen sack, den haben wir schon hier heute haben wir wieder den erik da der mir hilft okay erik suchst du mal das fach nummer sechs das türchen nummer sechs oder das hast du aber schnell okay dann machen wir den zettel raus vorsichtig dann gucken wir doch mal was es heute gibt ja wohl super das können wir wieder weg machen bis morgen zeig mal her mach schon mal auf jawohl wunderbar wir fangen mit dem preis an wie immer so da steht was drin aber du kannst schon nicht lese darum lese ich das vor wenn die lisa dabei ist auf sie es vorlese genau hier haben wir heute nur drinstehe srm 723 stp 123 mumie aber ich weiß was gemeint ist wir greifen mal in unsere große geschenke kiste und jawohl da kommt schon griff bereit zum vorschein ein san remnu 723 mit einer original stefan 123 321 mumie gucken wir uns mal kurz genauer an und zwar eine super coole mumie in digicamo paracord also voll cool ja klar dass du schon wieder mit dem taschenmesser komm das machen wir mal auf gucken wir da noch mal kurz rein das geht natürlich wieder zurück auf ein sponsoring von michael von der usara knife tristibuschen schönes ebenfalls ganz stahl gentleman knife mit framlock schöne metallwascher drunter und ein richtig feines gerät framelock so ist auch ein richtig schönes waschenmesser mit clip na warte mal erikon kommen wir wieder zusammen das ganze auf den kopf da rein deckel wieder zu lassen wir es nicht verlieren machen wir die original stp 123 mumie mit abgefahrenem coolen digicamo paracord mit kleinem school das ding hat jetzt zwar kein lanyard hole weil das ja mehr so gentleman knife ist aber wir haben mit sicherheit noch andere verwendungszwecke wo das coole kann man auch cool an jacken oder an taschen machen so als reißverschluss zippert zum besser aufmachen so das ist der preis erik wir gehen ans ziehen unser nicolos tactical sack von tasmenianthaler also du weißt bescheid oder ganz tief reingreifen und rumwühlen rumwühlen ja wohl gut rumwühlen dann schnappt hier eine karte raus wahrscheinlich ok ok was haben wir hier schönes ein bauernhof finddorf hof grasberg tja der wo die karte geschickt hat weiß schon bescheid genau adventsgrüße aus grasberg bei bremen sendet marcus mit dem youtube namen q1 qeu auf youtube also lieber marcus alias q1 qeu dieses coole taschenmesser samt mumie geht an dich herzlichen glückwunsch schreibt mir eine pm oder kommunizieren heute abend noch per pm wenn du das video gleich dieses messer macht sich auf die reise zu dir samt cooler mumien anhänger ich wünsche dir viel spaß damit alle anderen danke fürs vorbeischauen fürs mitmachen wenn es heute nicht geworden ist vielleicht morgen es geht ja noch ein paar tage eric danke fürs losziehen und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen nicolos abend genau auch noch den daumen in die kamera halten habt eine gute zeit schaut morgen wieder rein 18 uhr wenn es wieder heißt neues türchen beim hilbidi wir sehen uns tschüss 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 tschau tschau tschau